Ich bin Honorat von AMAX-Häft. Ich habe da gesagt, in meiner Nachbarschaft ziemlich böses Blut in den Sinn, dass die Urnachbarn zu wenig Strophgegenweite sich nicht an bestimmte Regeln halten. Die Dekka-Claudia kann Transzellen, Verwerbeschädigungen, Außenbeschallung, alles seit Jahren benutzen. Wir haben ja auch in Gadi Stromer schon vor einem Monat eine Dokumentation. Ich möchte mich auch via elektronischen Medien eine Antwort kriegen, wenn es geht.